Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den legendären Kreuzer Alaska am Start. Dort schauen wir uns natürlich alles genau an. Wir gucken uns an, welche Module ich verwende. Wir schauen uns die Verbrauchsmaterialien und die Werte an. Kapitänskillung und dann wird es natürlich noch das erste Gameplay geben. Fangen wir doch mal direkt hier bei den Modulen an. Dort nutze ich im ersten Slot Zielsystem Mod 1, um die Streuung der Hauptbatterie einfach zu reduzieren. Dort bessere Genauigkeit zu erzielen. Im zweiten Slot Antriebsmod 2 und im dritten Slot nutzen wir das Tarnsystem Mod 1. Und im letzten Slot nutzen wir das Hauptbatterie Mod 3, um einfach bessere Ladezeit zu kriegen. Die Ladezeit bei Alaska ist doch relativ hoch. Werden wir nachher nochmal detailliert in den Werten sehen. Wir kriegen natürlich ein bisschen die Drehgeschwindigkeit der Haupttürme erhöht. Aber ich möchte natürlich hier gerne die Hauptbatterie Nachladezeit etwas reduzieren. Auch die Alaska kommt ohne eine Tarnung, wenn ihr diese freigeschaltet habt. Also dort habt ihr keine Tarnung drin. Allerdings können wir uns natürlich hier schon mal die permanente Tarnung angucken. Diese ist aktuell noch nicht ins Spiel. Soll irgendwann in Zukunft nochmal reinkommen. Aber so würde auf jeden Fall die permanente Tarnung aussehen. Sieht auf jeden Fall relativ schick aus. Ich habe mir aber jetzt hier schon eine CC Tarnung gebastelt. Auf Stufe 4 finde ich natürlich auch optisch richtig, richtig cool. Und ich würde sagen, die können wir so lassen. Bei den Verbraustmaterialien haben wir ganz normal Schadensbegrenzung 1. Außerdem haben wir das Sonar 1 mit 2 Aufladungen. Dieses Ortet die Torpedos bei 3,1 Kilometer und feindliche Schiffe bei 4,4 Kilometer. Dann haben wir im dritten Slot sogar eine Auswahlmöglichkeit. Wir können dort einmal aussuchen zwischen Radar 1 mit 2 Aufladungen. Reichweite hier 9 Kilometer. Also typisches US-Radar, was wir hier haben. Zumindest die höheren Stufen. Und hält 30 Sekunden lang. Das ist auf jeden Fall, da kann man gut mitarbeiten, würde ich mal sagen. Alternativ hätten wir hier noch den Catapult-Jäger 1 mit 4 Aufladungen. Aber das ist eigentlich eine ganz einfache Entscheidung. Radar ist halt das deutlich, deutlich stärkere Verbrauchsmaterial. Und dementsprechend bleiben wir jetzt hier auch beim Radar. Außerdem haben wir noch die Reparatur-Mannschaft 1 mit 2 Aufladungen. Welche 273 Trefferpunkte über 28 Sekunden wiederherstellt. Und dann kommen wir zu den Werten. Dort vergleiche ich natürlich immer relativ gerne mit anderen Schiffen. Bei Alaska ist das allerdings gerade ein bisschen schwierig. Weil es gibt halt aktuell keine wirklichen vergleichbaren Schiffe auf der Stufe. Dementsprechend gucke ich da so mit so einem halben Auge Richtung T7. Beziehungsweise was dort ein bisschen besser wäre. Und ja, fangen wir doch mal direkt bei Überleben an. Dort haben wir 69 Punkte. Trefferpunkte 54.720. Was wirklich gut ist für einen Kreuzer. Panzerung sind 16 bis 330 mm. Torpedoschadensverringerung sind 13%. Was in Ordnung ist. Könnte natürlich besser sein. Aber 13% nehmen wir natürlich hier gerne mit. Weiter geht es mit der Artillerie. Dort haben wir 84 Punkte. Und wir haben 3x3 305 mm Geschütze. Was natürlich ein verdammt dickes Kaliber ist. Auf jeden Fall. Dann haben wir Feuerreichweite von 16 km. Was so mehr oder weniger okay ist. Ladezeit 20 Sekunden. Was natürlich sehr sehr langsam ist für einen Kreuzer. Dauer für die 180 Grad Kehre sind 30 Sekunden. Was natürlich auch nicht das schnellste ist. Aber damit kann man leben. Die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 4.300. Bei einer 27%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der AP-Granaten-Höchstschaden liegt bei 8.900. 27% Brandwahrscheinlichkeit hört sich natürlich auf den ersten Blick richtig gut an. Mit den Höchstschaden von 4.300. Aber dadurch, dass wir hier wirklich so eine langsame Ladezeit haben. Ist die Brandwahrscheinlichkeit halt auch relativ gering. Wenn man das Ganze hier umrechnet. Dementsprechend die HE auf jeden Fall nicht so wirklich berauschen. Kann man natürlich mit arbeiten. Gerade gegen angewinkelte Ziele sollte man natürlich auch mal die HE nutzen. Oder wenn sich das abzeichnet, dass man auf den Zerstörer schießen muss. Oder sowas in der Richtung. Aber die Stärke liegt hier wirklich bei den AP-Granaten. 8.900 Höchstschaden ist natürlich ordentlich. Und auch wenn wir nochmal nach oben gucken. 305 Millimeter Kaliber. Das ist natürlich für einen Kreuzer ein richtig dickes Kaliber. Dort kann man natürlich auch mal gegen den einen oder anderen Kreuzer oder auch Schlachtschiffe mal Zitadellen drücken. Also AP auf jeden Fall die Hauptmunition, die ihr bei Alaska nutzen solltet. Die HE ist dann halt eher so für Gegner, die wirklich wissen, was sie tun, anwinkeln. Wo ihr wirklich nicht effektiv mit eurer AP arbeiten könnt. Dann kommen wir noch zur Sekundärbewaffnung. Dort haben wir 6x2 127 Millimeter Geschütze mit einer Feuerreichweite von 5 Kilometern. Einer Ladezeit von 6 Sekunden. Und die Sprenganaten machen dort einen Höchstschaden von 1800 bei einer 5%igen Brandwahrscheinlichkeit. Weiter geht es mit der Manövrierbarkeit. Dort haben wir 55 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 33 Knoten. Was auch nicht das schnellste ist. Es ist noch grenzwertig okay, aber Höchstgeschwindigkeit auf jeden Fall keines der Stärken. Auch nicht der Wendekreisradius. Der liegt nämlich bei 850 Metern. Was halt schon extrem groß ist. Also ihr habt wirklich hier fast das Gefühl bei, als wenn ihr eher mit einem Schlachtschiff unterwegs seid. Was die Manövrierbarkeit angeht. Auch was die Hauptbatterie angeht. Großes Kaliber, langsamere Nachladezeit. Ruderstellzeit 13 Sekunden ist auch sehr sehr langsam hier. Also wirklich sehr sehr groß das Schiff und auch träge dementsprechend. Damit muss man erstmal klarkommen. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 51 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 13,3 Kilometer. Was eigentlich in Ordnung ist, würde ich sagen. Für die Größe von diesem Schiff ist der Tarnwert doch eigentlich ziemlich gut. Man kann natürlich auch mit Inspiration und Modulen und das Ganze natürlich nochmal deutlich runter senken. Erkennbarkeit zu Luft sind 8 Kilometer. Was auch okay ist. Garantierte Erkennbarkeitsreichheit sind 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 10,2 Kilometer. Was eher ein relativ schlechter Wert ist. Also ist auf jeden Fall nicht das beste Schiff, um dort irgendwie einen befreundeten Nebel zu nutzen. Um dann dort unentdeckt schießen zu können. Das ist mit der Alaska etwas schwierig. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Norman Scott mit der Basisfähigkeit gerichteter Aufprall. Erhöht die Granatengruppierung der Hauptgeschütze ihres Kreuzers. Das ist natürlich super. Wie wir schon gesagt haben, bei AP haben wir hier wirklich Schiff, wo wir richtig reinhauen können. Und wir versuchen natürlich diese AP zu verbessern. Und gerade bei AP ist es natürlich auch wichtig, eine gute Genauigkeit zu haben. Um wirklich die Stellen zu treffen, wo man wirklich hinzielt und wo es wirklich weh tut. Dementsprechend hier eine super Basisfähigkeit, die das Ganze unterstützt. In der ersten Reihe nutzen wir außerhalb der Reichweite, erhöht die Reichweite der Hauptbatterie ihres Kreuzers. Den Skill muss man gar nicht nehmen. Aber wie ich schon gesagt habe, die HE ist halt nicht wirklich so berauschend. Und dadurch, dass die Nachladezeit sehr, sehr hoch ist, Da sind diese HE-Skills, die dann halt lediglich 2% mehr Brandwahrscheinlichkeit bringen, halt relativ gering im Vergleich. Dementsprechend habe ich mich dennoch hierfür außerhalb der Reichweite entschieden. Aber in der zweiten Reihe haben wir den Pyron-Mahn genommen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, mit den Sprenggranaten der Haupt- oder Sekundärbatterie ihres Kreuzers Brände zu verursachen. Wie auch oben schon, das macht natürlich keinen massiven Unterschied. Aber die einzige Alternative wäre, bevor es zu spät ist, also einfach, dass man die Torpedos ein bisschen früher sieht. Was natürlich ganz nett ist, aber gerade wenn man einen Kreuzer hat, wo man vielleicht zu nah mit dabei hat, ist das meiner Meinung nach halt auch nicht unbedingt nötig. Dementsprechend habe ich hier Pyromane genommen. In der dritten Reihe durchstoßen erhöht die Durchstags-Kraft und den maximalen Schaden der AP-Granaten ihres Kreuzers. Das nehmen wir hier natürlich gerne mit, um das Ganze hier nochmal zu verbessern. Dann haben wir fixiert, verbessert die Granatengruppierung der Haupt-Batterie ihrer Kreuzer und die Haupt-Batterie-Genauigkeit für jeden Schiffstyp. Auch hier natürlich super, das Ganze nochmal ein bisschen genauer machen. Die AP wirklich mehr böse und das ist natürlich hier auch eine gute Wahl. Und als legendären Skill-Dot gibt es mehr oder weniger zwei Alternativen. Entweder nehmen wir hier vollständig verpackt, fügt eine zusätzliche Ladung für jedes ausgerüstete Verbrauchsmaterial hinzu und verringert die Ladezeit aller Verbrauchsmaterialien. Dieser Skill ist natürlich super bei Alaska, weil ihr einfach so viele Verbrauchsmaterialien habt und auch wirklich sehr starke. Ihr habt das Sonar, ihr habt das Radar bzw. Katapultjäger, wobei ich, wie gesagt, da auf jeden Fall das Radar empfehlen würde und auch noch die Reparaturmannschaft. Das kann man natürlich jetzt hier mit jeweils einer weiteren Aufladung versehen, mit diesem Skill, dass man alles dreimal zur Verfügung hat, was natürlich sehr stark ist. Man könnte aber auch alternativ die Nachfüllstation nehmen. Dort könnte man nämlich zumindest auf maximaler Stufe nochmal die Nachladezeit um bis zu 10% reduzieren, was natürlich super ist. Ich sage mal von 20 Sekunden, 2 Sekunden abziehen, das macht schon einen Unterschied, auch wenn sich das natürlich jetzt nicht so viel anhört, aber 10% die Nachladezeit runter. Ich habe mich auf jeden Fall jetzt erstmal dafür entschieden, dass ich vollständig verpackt nehme, weil ich hier sowieso nur 5% bekommen würde. Das heißt, es würde mir nur eine Sekunde Nachladezeit bringen. Dort finde ich doch einfach die weiteren Verbrauchsmaterialien und auch die verkürzten Ladezeiten dort einfach wichtiger. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Isoroku Yamamoto. Dieser verbessert nochmal die panzerbrechenden Qualitäten des Kreuzers. Also hier auch nochmal unsere AP verstärken, dass die wirklich richtig reinhaut. Und als zweite Inspiration nutze ich aktuell den Jersey Swirsky. Dieser verbessert nochmal die Tarnung des Schiffes. Dort würde ich wahrscheinlich sogar, falls ich einen Kapitän gelevelt hätte, eine Alternative nehmen. Und zwar den Francesco Mimbelli. Wenn man diesen nämlich auf maximaler Stufe hat, kann man mit dieser Inspiration nochmal 6% Nachladezeit rausholen. Ich würde wahrscheinlich diesen Kapitän denn stattdessen nehmen. Statt den Jersey Swirsky. Das ist halt so ein 50-50, sage ich mal. Das ist natürlich richtig geil, einen besseren Tarnwert zu haben. Aber hier natürlich auch nochmal 6% mehr Schaden zu machen, beziehungsweise 6% schneller nachzuladen. Was natürlich auch in 6% mehr Schaden in den meisten Fällen führt. Und halt auch vielleicht 6% mehr Brände, wenn man mal HE nutzen muss. Also Francesco Mimbelli wäre auf jeden Fall hier eine richtig gute Alternative. Oder man könnte natürlich auch mit Doppeltarnungsinspirationen spielen. Also einmal mit Jersey Swirsky und dann vielleicht den Isoroku Yamamoto ersetzen. Dann verliert ihr natürlich ein bisschen AP-Durchschlag. Aber ihr könntet dann noch alternativ den Gunichi Mikawa als Inspiration nutzen. Dass ihr wirklich zwei Inspirationen mit einer verbesserten Tarnung, beziehungsweise Tarnwert habt. Und dort halt einfach viel später aufgeht. Und der Überraschungseffekt größer ist. Weil wenn der Gegner euch nicht sieht, dann dreht er vielleicht euch die Breitseite zu. Und wenn ihr dann aus der Verborgenheit eure AP-Salve rausballert, die Breitseite. Dann kann das natürlich auch sehr, sehr wehtun. Dementsprechend auf jeden Fall hier ein paar gute Alternativen, die man hier nutzen kann. So Leute, ich würde aber auch sagen, wir gehen mal ins erste Gameplay. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Tränen der Wüste. Schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Eine Yamato im Gegnerteam. Fünf Schlachtschiffe insgesamt. Dennoch zwei Kreuzer, zwei Zerstörer. Haben natürlich eben direkt am Anfang schon mal auf AP umgeschaltet. Und ja, wir werden auf jeden Fall hier Richtung C fahren. Dort versuchen wir unseren Zerstörer zu unterstützen. Und unser Schlachtschiff haben wir hier. Yudachi, okay. Tiefland, Wichita. Da müssen wir aufpassen, dass die uns nicht mit HE farmen. Wir versuchen aber schon relativ nah vorne am Cap heranzukommen. Eventuell eine Insel zu nutzen. Die Alaska hat wirklich eine sehr, sehr starke Panzerung. Gerade wenn man halt frontal zum Gegner steht. Dort können halt nur wenige Schiffe durchkommen. Genau genommen. Yamato ist eins davon. Oder das einzige, besser gesagt. Die uns dort overmatchen kann. So, hier haben wir schon mal eine Bismarck. Können wir mal versuchen, schon mal eine Salve rauszuhauen. Mit AP hier. 15 Kilometer. Ein Treffer. 1900. Naja. Ausbaufähig, würde ich mal sagen. Der Odin ist hier auch noch. Kommen wir da auch noch rauf. Wir haben jetzt hier auch schon 10.000 kassiert. Gegner-Team sehr aggressiv in der Mitte. Natürlich gefährlich für uns. Wenn sie dort weiter pushen. Und nochmal 1900 gegen die Odin. Und hier haben wir auch drei Schiffe, die direkt hier pushen. Dann kommen wir da durch. Einen Turm. Wir switchen jetzt hier mal zur HE, weil die Jambar hier anwinkelt. Total machen wir dort nicht so viel. Weil sie so bleibt, heißt das. Nutzen halt die Insel jetzt hier rechts, um in der Mitte nicht beschossen zu werden. Und hier halt auch mehr oder weniger nicht viel Angriffsfläche zu zeigen. Switchen wieder zurück auf AP, um dort vielleicht mal auf die Yamato zu schießen. 8.000 Schaden haben wir jetzt hier kassiert. Wurden in die Aufbauten von der Jambar getroffen. Direkt mal unsere Reparaturmannschaft zur Salve gegen die Yamato ist raus. Ah, da müssen wir echt. Sehr, sehr, sehr gefährlich hier. 10.000er Salve übrigens gegen die Yamato. Das war auf jeden Fall schon mal ganz nett. Ist halt sehr, sehr, ja, unschön, dass die Gegner in der Mitte durchpuschen hier gerade. So haben wir halt keine perfekte Möglichkeit, uns zurückzuziehen. Und müssen halt so 50-50 zu beiden Positionen stehen. Wir schließen hier nochmal auf die Yamato. Heckgeschütz. Nochmal ein ganz netter Treffer. Nicht die Welt, aber ein bisschen Schaden gemacht gegen die Yamato. Heckgeschütz gegen die Bismarck mal raushauen. Dafür, dass wir jetzt hier schon eine ganz schöne Weile unter Beschuss leiden von den gegnerischen Schlachtschiffen. Haben wir gar nicht so viel Schaden kassiert, müssen wir dazu sagen. 30.000 Schaden mittlerweile erreicht. Noch nicht die Welt. Hatten leider noch nicht so die beste Position, um Schaden auszuteilen. So, dort haben wir die Leafland. Gucken wir mal, ob wir dort mal ein bisschen Schaden machen können. Auch nicht die Welt. Wir pingen jetzt hier mal unsere Zerstörer, die beide auf unserer Seite sind zurück. Macht die Leafland aber auch gut hier immer schön in die Schüssel reindrehen. Das ist natürlich gefährlich für unsere Zerstörer hier mit den Radarkreuzern. So, jetzt vielleicht mal eine bessere Salve. Jetzt kann er nicht mehr wirklich zurückdrehen. Machen wir mal. Ah, 5.000. Nicht die Welt, aber auch nicht so schlecht. So, sind aber jetzt auch schon auf 28.000 Leben runter. Der Gegnerische Zerstörer nimmt jetzt hier schon das B-Cap ein. Dort pingen wir mal. Ich hoffe, dass unser Team dort was gegen macht. Haben halt leider auch den anderen Kreuzern unserem Team schon verloren. Und dementsprechend sind halt oben nur Schlachtschiffe zum Verteidigen. Beide Zerstörer ja hier bei uns. So, wir sind jetzt mal zugegangen. Also sind nicht mehr aufgeklärt. Nutzen jetzt mal die Möglichkeit, das Cap hier zu blockieren. Und eventuell die Cleveland nochmal in der Breitseite zu erwischen. Bismarck ist natürlich noch in der Mitte. Da müssen wir halt aufpassen. Es kann halt schon sein, dass die die ein oder andere Salve auf uns noch rauskriegt. So, Cleveland jetzt hier wieder. Fünf Overpants hier leider, weil er Breitseite gezeigt hat. Wie gesagt, relativ dickes Kaliber haben wir da. Das führt natürlich auch dazu, dass man gerade bei leicht gepanzerten Schiffen wie die Cleveland, wenn die komplett Breitseite fährt, halt viele Overpants hat. Jetzt ein bisschen angewinkelt. Und das war natürlich jetzt hier direkt besser. Eine Zitadelle und vier Penetrationen und 20.000 Schaden direkt gemacht. Das war natürlich top. Also manchmal ist es halt sogar besser, wenn der feindliche Kreuzer etwas anwinkelt, um halt einfach mehr Schaden zu machen. So, jetzt haben wir hier noch die Jamba in der Breitseite. Auch eine schöne Salve hier. Hier 13.000 rausgedrückt. So langsam wird es auch mit einem Schaden. 78.000 haben wir schon mal erreicht. Ah, 6.000er Salve. War nicht ganz so gut hier. Sekundär beballert uns jetzt hier ein bisschen. Aber das ist in Ordnung. Heitet halt hier gegen unsere Monarch. Nochmal hier eine schöne 10.000er Salve. Nochmal ein bisschen hinten Richtung Bismarck gucken. So, Monarch hat den Rest gemacht. Sehr schön. Das ist sehr gut. Sieht doch auf jeden Fall relativ gut aus. 7 gegen 4 ist es jetzt hier. Gegner-Thema hat allerdings einen Cap-Vorteil. Wir haben das B- und D-Cap. Hier nur das eine Cap hier auf dieser Seite. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, Richtung D zu fahren. Dort vielleicht das D-Cap einzunehmen. Nebenbei auf dem Weg vielleicht noch mal ein bisschen hier die Bismarck zu bekämpfen. Schauen wir mal, ob das Ganze soweit uns gelückt. Die Frage ist halt, wo der Zerstörer ist, der bei B war. Feindlicher Zerstörer hat ja B-Cap eingenommen. Gucken wir mal. Ah, da hinten sehen wir schon Torpedos. Der feindliche Zerstörer ist auf jeden Fall irgendwo bei der Odin. Versucht dort die Odin mit Torpedos zu treffen. Das heißt, auf dieser Seite müssen wir nicht wirklich Angst haben vor dem Zerstörer. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir nutzen natürlich jetzt hier vollständig verpackt. Sehr wahrscheinlich, dass wir gar nicht die drei Aufladungen so nah und Radar in dieser Runde benötigen. Radar vielleicht nicht mal eine Aufladung. Müssen wir mal gucken. Aber wir haben schon zwei Aufladungen von der Reparaturmannschaft verbraucht. Und je nachdem, wie der Kampf dort gegen die Bismarck gleich läuft, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir die dritte Aufladung hier auch gut gebrauchen können. Um einfach noch ein paar Trefferpunkte wieder herstellen zu können. So, Bismarck. Gießen wir auch mal ein bisschen dichter dran. Und ja, 7700. Schöne Salve hier auf jeden Fall. Mit AP in die Breitseite rein. 100.000 Schaden damit auch jetzt geknackt in der Runde. Das ist top. Gucken wir mal, was die nächste Salve... Ah, dreht glaube ich ein bisschen Breitseite. Warten wir sogar noch mal einen kleinen Tick, bis er gedreht hat. So, jetzt sollten wir da eine gute Breitseite treffen. Jo, das war eine richtig gute Salve. Wie viel waren das? 14.000 oder 15.000? Das hat auf jeden Fall richtig gescheppert. Und der Kollege wird da auch wahrscheinlich beachen. Jo. Nächste Salve ist raus. Ah, jetzt hier ein Feuer bekommen von der Sekundär. Okay, Genoshe Kagero ist auch raus. Das ist sehr gut. Oh, und jetzt hat die Iowa hier die Bismarck sogar rausgenommen. Sehr schön. Schade. Konnten wir gar nicht mehr schießen. Wir nutzen aber jetzt hier das Schadensbegrenzungsteam, um das Feuer direkt zu löschen. Nur noch 19.000 Leben plus eine Heilung. Und es sind immer noch zwei Schiffe über. Na, da haben wir noch eine Full Life Widget da. Alle Stationen, alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Versuchen jetzt hier auch noch das Cap zu holen. Flugzeug haben wir jetzt auch runter geschossen. Sehr, sehr schön. 30 Sekunden. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen reduzieren. Dass wir hier nicht aus dem Cap rausrutschen. Wir sollten eigentlich fein sein, bevor wir von der Widget da aufgeklärt werden. Sollten wir das Cap eigentlich eingenommen haben. Da haben wir auch den Kollegen schon. Oh, das wird eine ganz knappe Sache. Drei Sekunden. Okay. Wir haben das Cap. 700.000 Salbe. In Return. Problem ist halt mit AP jetzt gegen die Widgeter. Die macht hier wirklich einen guten Job und dreht halt immer und winkelt an. Aber wir können sie nicht wirklich overmatchen. Können zwar hier in den Aufbauten Schaden machen. Großkaliber gab es jetzt auch. Aber halt nicht direkt overmatchen. Links jetzt auch noch das feindliche Schlachtschiff. Dort versuchen wir jetzt einfach gegen anzuwinkeln. Erstmal ignorieren. Kriegen jetzt hier ein Feuer. Ah, das wird eine ganz, ganz harte Sache. Da die Odin auch noch halbvoll. Sind jetzt hier auf 4000 Leben runter. 3000. So, nutzen jetzt nochmal die letzte Reparatur Mannschaft, die wir haben. Wir versuchen jetzt irgendwie die Insel zwischen uns und der Widgeter zu bringen. Dass wir hier nochmal gegen die Odin feiten können. Odin zum Beispiel auch ein Schiff. Als Schlachtschiff. Stufe 7. Mit 305 mm Geschützen. Genau wie wir. Und die AP kann uns nicht so viel antun. Ah, da kommt der Kreuzer nochmal. Können wir dort jetzt vielleicht nochmal den Finisher machen. Und gerade in dem Moment, wo unsere Geschütze gedäht waren, hat die Iowa den Kill hier gemacht. Dann haben wir jetzt hier nur noch die Odin übrig. Nächste Salve ist raus. Schöne Salve. 156.000 Schaden. Das ist ja echt noch einen netten Schaden, den wir hier rausgeholt haben. Sind aber jetzt hier auf 5000 Leben runter. Wird eine ganz, ganz enge Sache. Habt wir das überleben? Papier, das könnten wir schon mal ausweichen. Das ist gut. Unterstützer gab es jetzt hier nochmal. 1900 noch. Eieiei, das wird eine ganz, ganz knappe Sache. 5 Sekunden, komm. 600 Leben, Leute. Und Salve ist raus und... Yes. Yes. Wow. Dass wir das am Ende echt noch überlebt haben mit 600 Leben. Unglaublich. Und ja, schöne Runde hier auf jeden Fall. Hat ein bisschen zäh angefangen das Ganze. Ja, relativ bescheidene Salven am Anfang rausgehauen. Aber am Ende kam doch noch einiges an Schaden insgesamt zusammen. 165.000 Schaden hier. Wir haben eigentlich, ich glaube, bis auf eine Salve haben wir ausschließlich AP geschossen. Die eine Salve HL war dann auch nicht so berauschend. 101 Zieltreffer, das ist einiges. Das wird man natürlich nicht jede Runde mit der Alaska schaffen. Gerade wegen der hohen Nachladezeit. Das ist natürlich schon einiges. Zwei Flugzeuge haben wir sogar abgeschossen in der Runde. Ein Schiff zerstört. Dann haben wir eine Zitadelle gemacht. Gegen die... Cleveland war das, genau. Zweimal das Cap verteidigt. Sogar einen Solo-Cap geholt. Neun Sekundärtreffer. Dann gab es noch Unterstützer. Dreadnought, weil wir am Ende ganz knapp überlebt haben. Und Großkaliber. Tauen uns hier natürlich auch das Team-Ergebnis an. Sind hier sogar auf den ersten Platz gelandet. Mit über 3000 Basis-EP. Das lässt sich doch mal hier schön angucken, wie ich finde. Auch unsere Zerstörer, die wir hatten. Oder allgemein die Flanke, wo wir waren. Die hat insgesamt relativ gut gespielt. Alle vier Schiffe, die auf den ersten vier Platzen gelandet sind, hier bei uns im Team, waren bei uns auf der Seite gewesen. Also dort ein gutes Teamwork auf jeden Fall. Unsere Zerstörer natürlich dort auch Punkte eingenommen. Gegnerische Zerstörer rausgenommen. Radar überlebt. Da kann man sich echt nicht beschweren. Denn auch unser Monarch auf jeden Fall am Ende überlebt. Auch ganz knapp mit Dreadnought. Sehr, sehr schön. Im Gegnerteam auf jeden Fall. Wichita hat auf jeden Fall auch sehr gut gespielt. Auf dem ersten Platz im Gegnerteam. Hat es auch richtig gegen uns gemacht. Immer schön rausgekitet. Angewinkelt. Den kurzen Reload von ihm genutzt. Gegen unseren langen Reload. Und ja, wären wir sogar fast gegen rausgegangen. Aber mit Unterstützung von unserem Team ist die Wichita dort ja auch rausgegangen. Sehr schön. Dann schauen wir uns natürlich nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. 161.000 Kreditpunkte Profit gemacht hier in der Runde. Ohne einen Kreditbooster verwendet zu haben. Die Schiffswartung ist natürlich relativ teuer bei den legendären Schiffen. Dort haben wir hier 222.000 rechen müssen. Also ohne Premium-Account hätten wir mal so gerade Profit gemacht. 33.000. Das ist natürlich schon relativ kostenintensiv. Und das war wirklich eine sehr, sehr starke Runde hier mit über 3.000 Basis-EP. Von daher, legendäre Schiffe sind auf jeden Fall nicht da, um Geld zu verdienen. Dort müsst ihr euch darauf einstellen, dass hier auch einige Runden mit negativen Kreditpunkten aus den Gefechten rausgeht. Und dann gab es noch einiges an Erfahrung. So Leute, das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung der Alaska gewesen sein. Auf jeden Fall wirklich ein gutes Schiff, gute Panzerung. Auch natürlich super mit dem Radar. Gegen Zerstörer ist natürlich das Radar super. Wobei natürlich die Nachladezeit halt nicht die beste ist. Also gerade wenn man das Radar nutzt, ist man natürlich auch schon ein bisschen abhängig, dass das eigene Team halt gegen gegnerische Zerstörer hilft, weil man einfach nur zweimal schießen kann gegen feindliche Zerstörer innerhalb der Radardauer. Und das wird in den meisten Fällen nicht reichen, um den feindlichen Zerstörer alleine rauszunehmen. Dann auch auf jeden Fall hier wirklich starke Verbrauchsmaterialien, die wir hier haben. Richtig, richtig gute Panzerung bei Alaska. Allerdings müssen wir dazu sagen, dieses Schiff ist auf jeden Fall kein Damage-Monster. Also hat nicht unbedingt den höchsten Schadens-Output, was wir hier haben. Aber die AP habt ihr auch sicherlich in der einen oder anderen Salve hier gesehen. Teilweise über Zehntausender Salven gegen Schlachtschiffe in die Breitseite. Das ist natürlich schon ziemlich böse und damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Wird aber auf jeden Fall nicht für jeden was sein, dieses Schiff. Also Alaska ist halt gewöhnungsbedürftig. Starke AP definitiv. Aber ist halt auch ein bisschen schwierig zu spielen, würde ich fast sagen. Wenn man das vielleicht mit einem T7-Schiff vergleichen würde, was man eigentlich nicht wirklich kann, weil es einfach nochmal ein anderes Level ist. Aber für die Leute, die von euch zum Beispiel gerne mit der Baltimore spielen, da sieht man doch einige Parallelen zum Schiff. Gerade was das Positioning auch angeht auf der Karte, wie man mit diesen Schiffen stehen würde, ist relativ identisch, würde ich sagen. Also wenn ihr wirklich gerne zum Beispiel die Baltimore spielt, dort halt auch häufig mit AP unterwegs seid, dann kann die Alaska hier auch was für euch sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.